Kapitel 6 Zeitsprünge in der Bibel Einen großen Platz in der Bibel nimmt die prophetische Rede ein, also Aussagen Gottes über Ereignisse, die in der Zukunft stattfinden werden. Viele Vorhersagen aus dem Alten Testament sind bereits eingetroffen und können geschichtlich nachgewiesen werden. Für Christen ist die Glaubwürdigkeit solcher Vorhersagen nicht fragwürdig, sondern entspricht dem Wesen des allwissenden und allmächtigen Gottes. Oftmals enthalten Prophetien eine Naherfüllung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Zeit steht, in der sie ausgesprochen wurde, und eine zweite Fernerfüllung, die in die Zukunft weist und erst dort ihre vollständige Erfüllung findet. Besonders bei Aussagen über zeitliche Abfolgen der Prophetie können wir das beobachten. Schauen wir uns eine Auswahl solcher Bibelstellen an und suchen den Zeitsprung innerhalb des Textes. Jesaja 61 Vers 1-3 Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen, den Trauernden zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden, Blumen der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. In Lukas 4 Vers 16-21 liest Jesus in der Synagoge von Nazareth Verse aus diesem Kapitel vor und legt diese anschließend aus mit den Worten Wenn es auch zur damaligen Zeit keine solche Verseinteilung gab, wie wir sie heute kennen, so liest Jesus doch zumindest nur die erste Hälfte des Sinnabschnitts. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Punkt. Er beendet also den Satz aus Isaiah 61 Vers 2 nicht, sondern lässt die zweite Satzhälfte einfach weg. Es fehlt die Stelle, dass er auch einen Tag der Rache unseres Gottes verkündigen wird. Der Grund dafür ist, dass Jesus Christus bei seinem ersten Kommen kam, um die Gnade Gottes an seinem Volk zu verkündigen und noch nicht, um den Tag der Rache zu erfüllen. Die zweite Hälfte des Verses passt nicht zum damaligen Dienst Jesu. Er wird erst bei seinem zweiten Kommen erfüllt werden. Nur der erste Satzteil beschreibt den Dienst und die Aufgabe Jesu damals. Jesus kannte die Schrift so genau, dass er seine Lesung mitten im Vers beendet. Er liest nicht einfach irgendeine Schriftstelle, sondern er weissagt aus seinem eigenen Wort und beschreibt vor den Augen und Ohren der Zuhörer, was sie sehen oder besser, was sie sehen sollten. Die zukünftige Erfüllung der zweiten Hälfte des Verses aber lässt er aus. Es entsteht also ein deutlicher Zeitsprung innerhalb des Textes. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, Zeitsprung und einen Tag der Rache unseres Gottes. Ein weiteres Beispiel steht in Matthäus 10, Vers 5 bis 23 beziehungsweise in der Parallelstelle in Lukas 10, Vers 1 bis 12. Diese zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dieser Stadt. Denn siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Stadthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis des Menschensohn kommt. Hier sendet Jesus seine Jünger mit dem Auftrag aus, den Menschen das Himmelreich als nahe herbeigekommen zu verkündigen. Der Herr beschreibt in Matthäus 10, Vers 1-15 den Dienst der Jünger. Ab Vers 16 aber geht er zu Dingen über, die den Jüngern seltsamerweise damals gar nicht begegnet sind. Dass sie in den Schulen, in den Synagogen gegeißelt würden, Vers 17. Dass sie vor Fürsten und Könige geführt werden, um Jesu Namen willen, Vers 18. Dass sie gehasst werden würden, Vers 22. Dass sie Verfolgung erdulden müssten, Vers 23. Dass der Geist des Vaters durch sie reden wird, Vers 20. Dieser letzte Punkt konnte zu Lebzeiten Jesu noch gar nicht möglich sein, da Gottes Geist erst nach seinem Tod ausgegossen wurde. Jesus redet hier von zukünftigen Dingen. Er erwähnt in Vers 23 sogar das Kommen des Menschensohnes, wenn er sagt, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Von einer konkreten Situation ausgehend, spannt Jesus also den Bogen bis weit in die Zukunft. Und wir finden das bestätigt, was wir anfangs schon sagten, dass prophetische Reden in der Bibel eine Nah- und eine zweite Fernerfüllung haben können. Hier finden wir erneut in einer Rede des Herrn einen Zeitsprung. Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher gehen am jüngsten Gericht als dieser Stadt. Zeitsprung Ich sende euch als Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Gleiches gilt für Joel 3, Vers 5 Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, soll errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, auch bei den anderen, übrigen, die der Herr berufen wird. Normalerweise hätte die Botschaft über die Errettung auf dem Berg Zion und in der Stadt Jerusalem, Joel 3, Vers 5b, sehr gut zu der Pfingstpredigt des Petrus in Apostelschichte 2 gepasst, denn die Geistesausgießung vor 2000 Jahren war ja eben dort in Jerusalem beschehen. Petrus lässt aber, durch den Heiligen Geist geleitet, den zweiten Teil des Verses einfach weg. Er liest nur bis Joel 3, Vers 5a Und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, soll errettet werden. Das ist auch heilsgeschichtlich richtig, denn von Pfingsten an bis in unsere Zeit gilt, dass jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, selig werden wird und nicht allein diejenigen, die sich damals in Jerusalem aufhielten oder heute aufhalten. Der letzte Teil des Verses, denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wird in besonderer Weise und erst in der Zukunft seine Erfüllung finden. Der Vers ist also wie folgt unterteilt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Zeitsprung, denn auf dem Berg Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, auch bei den anderen übrigen, die der Herr berufen wird. Kapitel 6.1 Zusammenfassung Aus den hier aufgeführten Stellen kann abgeleitet werden, dass es in der Heiligen Schrift Texte gibt, die einen Zeitsprung enthalten, weil ein Teil davon schon eingetroffen ist, während ein anderer Teil erst in der Zukunft eintreffen wird. Mit dieser Aussage tritt unvermittelt ein Problem auf, das hier aber noch nicht Gegenstand unserer Betrachtung sein soll, nämlich das des Dispensationalismus. Das ist eine Lehrmeinung, die die Phase der Gemeinde Jesu Christi als einen Einschub in den Heilsplan Gottes mit Israel versteht, während die Nondispensationalisten die neutestamentliche Gemeinde nicht als Einschub, sondern als Erbe der Verheißungen an Israel ansieht, was als Ersatztheologie bekannt ist. Die Dispensationalisten hingegen gehen also davon aus, dass Israel nach der Zeit der Gemeinde von Gott wieder angenommen wird. Die Nondispensationalisten dagegen verneinen eine Wiederannahme Israels und erwarten gleich die Wiederkunft Jesu. Sehr vereinfacht können wir sagen, dass die Auffassung der Amtskirchen die des Nondispensationalismus, also der Ersatztheologie, ist, während die Auffassung der Freikirchen zumeist die des Dispensationalismus, obwohl mittlerweile mehrere Unterarten des Dispensationalismus unterschieden werden. Die vorliegenden Aussagen über die Zeitsprünge innerhalb biblisch-prophetischer Texte sollen nicht die eine oder die andere Ansicht untermauern, sondern sollen dazu beitragen, Gottes Wort zu verstehen und auszulegen. Deshalb wollen wir uns mit der Frage des Dispensationalismus jetzt nicht weiter auseinandersetzen. Das Wissen über die Existenz von Zeitsprüngen in der Bibel hilft uns aber beim Verstehen weiterer Bibelstellen. Deshalb werden wir jetzt vertieft in einen biblischen Text einsteigen, der zwar recht bekannt ist, dennoch aber ein paar ungelüftete Geheimnisse enthält. Die Musik von Zeitsprüngen wird es in der H舞. Die Musik von Zeitsprüngen von Zeitsprüngen